Vielleicht auch eine Frage zu den Irritationen, die von außen kamen. Inwiefern hat das eure Beziehung gestärkt oder verändert? Und wann habt ihr während dieser Resultatkrise das letzte Mal zusammen gelacht? Zusammen gelacht? Wann wir das letzte Mal zusammen gelacht haben? Das ist eine Frage. Also hast du ja beobachtet, glaube ich, jetzt. Also ich sage ja, ich sehe den Fußball, den Sport als Freude und nicht als Business. Wir sind alle gesund. Also ich hoffe es zumindest, wenn ich euch so ansehe, mit Maske. Was soll ich dazu sagen? Wir sind happy, dass wir da sind, wo wir sind. Und dass wir morgen ein weiteres Nationalmannschaftsspiel austragen können aus verkauftem Haus. Was will man mehr? Also es gibt ernsthafte Situationen, aber die Jungs, wenn ich die am Tisch sehe, die lachen immer. Und das ist ja das Schöne, dass bei dieser Mannschaft nicht im Teamspirit arbeiten muss. Die ist so unbekümmert. Die spielt Fußball. Und da sieht man, dass es eine eingeschworene Mannschaft ist. Und das erfüllt einen sehr zufrieden, ja.